Hallo, ich bin Andi Guggenheimer, der Gründer und Entwicklung von AG Spore Bags. Das Projekt AG Spore Bags wurde ins Leben gerufen, nachdem ich mehr als 40 verschiedene Taschen getestet hatte. Mir wurde klar, dass es keine Tasche gab, welche gleichzeitig Reisen, Business und Sport abdeckt. Nach vier Jahren Entwicklung kam der Only One von AG Spore Bags auf den Markt. Alle unsere Taschen haben von nun an fünf strukturierte Features und jedes Fach ist mit einem kleinen Icon markiert. Unsere erste Kategorie Business hilft Ihnen ganz bestimmt für eine bessere tägliche Organisation, wie das Aufräumen von Katalogen, Visitenkarten, Quittungen, Reislisten und jegliche andere Dokumente für berufliche Termine. Zweite Kategorie Trip garantiert einen einfachen und schnellen Zugang für alle Dinge, welche beim Reisetag wichtig sind. Technologie, die dritte Kategorie, garantiert Ihnen den perfekten Zugang für Laptops und Tabletts, welche auch geschützt sind. All in One ist die vierte Kategorie und das ist das Herz des Rucksacks. Es ist das Zentrum für alle Dinge, die am meisten gebraucht und benutzt werden. Last und Least ist der Dressing, welcher die beste Organisation für ihre Kleider, Schuhe und Kulturbeutel für entweder 48 oder 42 Stunden gewährleistet. Die Produktreihe von Only One besteht aus drei Modellen, dem OO Medium für 48 Stunden, dem OO Regular und Trolley für 72 Stunden. Im Juli wurde unser Produkt mit einem der höchsten Design Awards belohnt, nämlich dem Design Award von Red Dot. Only One von AG Spore Bags, der 100% funktionelle Rucksack für Reise, Sport und Business.